Unsere Stimmung war nicht so gut heute und ich glaube, jetzt haben wir einen schwierigen Moment. Wir müssen in der nächsten Woche arbeiten. Ja, mein Lieber, am Ende eine knappe Niederlage. Es sah lang nach einem Debakel aus. Und ich glaube, aufgrund deiner zweiten Halbzeit in Summe hast du mitgezählt neun Treffer. Mit Macht, mit Kraft, mit Durchsetzungsvermögen. Hätte man vielleicht etwas eher damit anfangen können, mit der Aufholjagd? Ja, auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank an alle, dass sie hier sind. Das ist unglaublich. Wir haben so viele Leute hier und unsere Stimmung war nicht so gut heute. Und ich glaube, jetzt haben wir einen schwierigen Moment. Wir müssen arbeiten. Nächste Woche haben wir auch noch einen Spieler zu Hause. Und auf jeden Fall müssen wir gewinnen. Ich glaube, jetzt müssen alle zusammen bleiben und es kommt alles. Hast du eine Begründung dafür, dass es heute doch so viele Fehler, ungewohnt viele Fehler gab? Ja, ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit so viele technische Fehler gemacht. Und das ist schwierig, weil wir das alleine machen. Und ich glaube, das ist in unserem Kopf. So, wir müssen jetzt ein bisschen positiv bleiben. Jetzt sind die schwierigen Momente für alle und da muss alles zusammen bleiben. Ich glaube, man muss die letzten zehn Minuten mitnehmen, in denen dann vieles viel, viel besser lief. Auch dank deiner Tore ist der LHC noch rangekommen. Am Ende auf nur zwei Tore, wie gesagt, es sah viel schlimmer aus. Ja, normalerweise, ich spreche nicht von Cid Richter, aber heute in den letzten zehn Minuten. Ja, wir haben schon viele Zants zu mindestens einen Punkt holen und sie machen gar nichts. Aber das ist, was können wir jetzt machen. Mit deiner Erfahrung, dritte Liga, wie ist das Niveau? Wie würdest du das bezeichnen? Ist das für dich als doch sehr erwachsene Menschen nochmal eine ganz große Herausforderung? Ja, ich glaube, wir brauchen immer in dieser Mannschaft alle. Wir haben eine Rolle und wir müssen das machen. Kopf hoch geht weiter, Marius. Erstmal herzlichen Dank für heute. Danke fürs Gespräch. Alles Gute.